Was macht ihn für Sie so besonders? Er hat ein unfassbares, großes Herz. Und er kennt keine bösen Gedanken. Also auch nicht, wenn so typisch Frau mal ein bisschen typisch Frau ist. Also Matthias aus der Bahn zu schmeißen, ist fast unmöglich, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung. Er ist ein absolut positiv eingestellter Mensch. Und das hat mich umgehauen, ab der ersten Sekunde. Was macht für Sie Ihr Glück aus, Ihr gemeinsames? Das ist einfach, dass wir funktionieren. Dass wir lachen, dass wir gemeinsam auch Hobbys haben. Motorrad fahren, die Musik natürlich. Ich kann unheimlich viel von ihm lernen. Er ist, wenn ich jetzt alter Hase sage, bist du dann böse? Das ist natürlich Faszination pur für mich. Und gerade auch diese Art, die er hat. So dieses Liebenswürde. Das ist einfach, das macht ihn besonders. Und das ist genau der Punkt, warum ich sage, dass er ein absolut toller Mann ist. Wow. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich kann es nur rumdrehen. Ja, und sie ist eine tolle Frau. Was macht sie für Sie so besonders? Eigentlich kann ich mich dem nur anschließen, was ihr sagt. Es passt einfach. Wir verstehen uns super, wir sind fröhlich, liebevoll, verantwortungsbewusst. Und dann haben die gleichen Hobbys, Musik und Motorrad fahren. Können Sie sich auch mehr vorstellen? Vielleicht nochmal Hochzeit, vielleicht Kinder? Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal los hier. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt... Oh, ich habe einen Termin. Dann letzte Frage, aber was wünschen Sie sich für die Zukunft, auch für die Gemeinsamen? Dass es so ist und bleibt, wie es ist und bleibt. Ja, dass es bleibt noch lange. Danke, danke, danke. Vielen Dank.